Wahrheitsliebe ist keine Tugend, aber sie ist ein Kennzeichen für fehlende Laster. Sport hat der Wahrheit noch nie geschadet, aber im Sporter stockt das Wachstum der Wahrheit. Die üblichste und häufigste Ursache für die Lüge ist zwar der Wunsch zu täuschen, aber nicht andere, sondern sich selbst, und das ist auch die schlimmste Lüge. Tausend Wege führen zum Irrtum, aber nur eine zur Wahrheit. Es gibt kein grosseres Unheil, als wenn der Mensch die Wahrheit fürchtet, damit sie ihn nicht entlarvt. Nur die offensichtlichste Wahrheit soll von den Menschen verwirklicht werden. Es lässt sich keiner Unwahrheit behaupten, ohne ihr zu lieben, noch andere Unwahrheiten zu erdichten. Scheinbar fällt es sehr leicht, die Wahrheit zu sagen, aber es ist sehr viel innere Arbeit nötig, damit man es tut. Der Grad der Wahrheitsliebe des Menschen ist ein Hinweis auf das Grad seiner moralischen Vollkommenheit. Wahrheitsliebe ist ein natürlicher Zahlungsmittel, das überall im Umlauf ist. Lass uns wahrhaftig sein, darin liegt das Geheimnis von Beretsamkeit und Tugend, darin liegt sündlicher Einfluss, darin liegt das höchste Gebot von Kunst und Leben. Es ist ein sehr häufiger Irrtum zu denken, es gäbe Handlungen, bei denen man von der Wahrheit abweichen könne. Die äußeren und inneren Folgen jeder, auch der geringsten Unwahrheit, sind ihm viele schädlicher, als die Unbegrämlichkeiten und Unannehmlichkeiten, die uns aus der offen geäußerten Wahrheit entstehen können. Die äußeren und inneren Folgen jeder, auch der geringsten Unwahrheit, sind ihm viele schädlicher, Die äußeren und inneren Folgen jeder, auch der geringsten Unwahrheit, sind ihm viele schädlicher,